Andreas, was für ein Bäumchen ist das denn? Das ist die Pekanuss. Im zweiten, dritten Jahr ungefähr, wächst etwas langsamer, aber dann umso schneller. Ich zeige euch nachher nochmal, wie sie dann aussieht nach viereinhalb Jahren. Und die Pekanuss kann man vergleichen im Geschmack mit der Walnuss. Hat nur eine andere Form. Das ist diese dreieckige, längliche Form. Das ist die längliche, genau. Also ganz lecker und erzielt auch wirklich sehr gute Preise hier in Paraguay oder auch für den Export. Ist äußerst robust, verträgt Trockenheit, kommt mit dem Sandboden hervorragend aus. Wir haben jetzt in diesem Jahr angefangen, richtig viel Pekanuss aufzupflanzen. Vorher war es nur die Macadamia hauptsächlich. Aber jetzt holt die Pekan, die holt jetzt auf. Einige hundert Bäume mehr. Rasse. Wunderbar. Dankeschön.